Musik 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 Das sind meine Karagor! Nimm deine dreckigen Finger von ihnen! Musik Zu langsam! Musik 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 Was ist dein Schwert, du hast zu zersplittern? Ich schätze mal, dass wir alle umgebracht werden, sobald wir klar sich bestätigen, was wir uns machen. Wir sind hier überlegen! Was ist dein Schwert, du hast zu zersplittern? 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 Das war's für heute. Schau! Das war's für heute. Das ist ein Wettbewerb. Ich bin der Fallbefall! Ich bin der Fallbefall! Ich bin der Fallbefall! Wer so schnell ist, schärfe ich ihn nicht! Alles! Hörst du! Schaffst du! Schaffst du! 这个 делать! Schaffst du! Die Be vectors! Schul prefer, da von der Cybermengegegegeigns in Kuantis. Osten. sich das auf flereθεure! Ich bin der Fallbefall. Das ist wichtig, mit Vor Ivan. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF für funk, 2017 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF für funk, 2017 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF für funk, 2017 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF für funk, 2017 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF für funk, 2017 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF für funk, 2017 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF für funk, 2017 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Hallo! Du da! Komm hier! Ich stehe in deiner Schuld. Mit Oktrak habe ich keinen Mitleid. Er hat ihn tot verblieben. Geschieht ihm recht, wenn er sein Schwert nicht schneller ziehen kann. Er hätte es dir immer noch schwer, auf den Beinen zu bleiben, Sklave! Schau! Vielen Dank, Waldläufer! Kupfer zu erhebt! Kupfer zu erhebt! Lass uns zum Erholen, Schatz zu erhebt! Sollte erhebt! Ja, ich hab ihn nicht verletzt! Ich bin kein Verletzt! Ich will nur, dass es vorbei ist. Hilf mir! Der ist weg! Was für ein Feigling? Ha! Der Feigling ist abgehauen! Oh je! Du bist gestürzt! Die sagen, ich mecke nicht viel. Dabei bin ich nur praktisch. Deshalb lebe ich. Jaargh! Oh, oh, oh! Ich kann meine Füße kaum spüren. Doch ich finde schon die Kraft zu fliehen. Danke, Waldläufer. Halt! Ich habe etwas gesehen. Unsere Krieger verdienen mehr Anerkennung.